Für das Abendsmakeup gehe ich vom Tagesmakeup für Weitsichtige aus. Ich verwende einen dunklen Stift, um am ganzen Wimperansatz entlang einen Strich zu ziehen. Der Lidstrich kann gerne etwas dicker sein. Mit einem dunklen Lidschatten verblende ich den Lidstrich in Bananenform und schattiere fein bis zum brauen Bogen. Mit dem gleichen dunklen Stift ziehe ich einen Strich am Unterlid über den Lidrang hinweg. Anschließend verblende ich den Strich mit einem Pinsel, um mein Auge zu verkleinern. Um die Augenbrauen zu betonen, rate ich, wie mit einem Stift nachziehen, wenn ihr breite Augenbrauen habt. Aber lieber einen Augenbrauenpuder zu verwenden, wenn eure Brauen schmal sind. Zum Schluss solltet ihr alle Lidschattenpartikel, die sich in euren Augenringen abgesetzt haben, entfernen. Falls nötig, noch einmal auch heller oder Concealer auftragen, damit euer Finish sauber, leuchtend und frisch ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017